Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit unserem kleinen lila Freund Spyro hier. Wir waren beim letzten Mal im dunklen Tal, in Steinhügel waren wir auch schon, das heißt wir können jetzt eigentlich, muss man eben Pause machen, im Handbuch gucken, genau, dunkles Tal, Steinhügel fehlen uns noch irgendwie 2%, die habe ich ja noch nicht finden können, da gucken wir aber beim nächsten Mal mal weiter, oder ich gucke mal zwischendurch. Jetzt wollen wir aber mal sehen, dass wir mit dem Luftballonfahrer eine andere Welt fliegen. Wow, wie ich sehe, hast du eifrig Drachen gerettet, Spyro. Ja, das haben wir gemacht. Wenn du magst, kannst du in die Welt der Friedensstifter reisen. Bist du bereit zum Abflug? So, dann wollen wir mal gucken, wie die neue Welt so aussieht. So, auf geht's. Guck mal, da haben wir schon die ersten Drachen. Ja, Titan. Willkommen bei den Friedensstiftern. Unser Schatz wurde geklaut und wird gegen uns verwendet. Bitte, hol unseren Schatz zurück, Spyro. Den Schatz zurückholen, alles klar. Klar, machen wir. So, dann wollen wir mal schauen hier. Das ist schon gleich der Erste, den wir mal breppen machen. Die anderen Zelt auch anpacken, ne? wenn er mit rennen alle weg und hier ist auch noch so was haben wir hier denn hier haben wir trockene felsflucht was uns da so erwartet ich trinke noch mal einen kleinen schluck trockene felsschlucht ist bestimmt auch so canyon mäßig denke ich mal hört sich zumindest so an aber sie lassen uns überraschen ja das sieht canyon mäßig aus er denn dann gewehr mit einer tröte vorne dran hier ist wieder so hier der schießt auf uns kann ja wohl nicht angekommen da ist noch ein drache danke dass du mich befreit hast gerne gerne machen wir doch gerne da oben ist auch noch was aber vielleicht müssen wir erst mal eben die hier ein zwei tage nicht gespielt so was ich sagen wollte ich habe ein zwei tage nicht gespielt das ist schon wieder sehr ungewohnt finde ich wo ist der eierdieb denn er muss ja hier irgendwo um rennen wir was hier oben da müssen wir auch irgendwie rufen da ist er doch da ist er doch nein aua nicht da reingehüpft bin ja nie oh ne und 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 jetzt 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 noch nicht komm schon hatte ihn fast ich hatte ihn fast jetzt jetzt zwei eier wie sind denn zwei so wie kommen wir denn hoch war ich alles gut wie kommen wir denn da rüber so so weil aber darüber fliegen und dann kommen wir hier rein das war wohl nichts würde ich sagen ganz schön hässlich was haben wir da jetzt brauchen wir auf jeden fall noch irgendwas zu fressen weil die schon ganz grün hat nämlich mit dem blöden geier gibt du bist du der junge drache von dem ich so viel gehört habe ich hab's vergessen so sah er auch aus blind und wahrscheinlich halb taug so wie kommen wir denn ich treffe immer nicht so schnell nein jetzt bin ich tot wo mussten wir jetzt hin in diese richtung da müssen wir auch irgendwie rüber kommen wir da denn hin erst mal hier hoch würde ich sagen und dann gehen wir gleich mal weiter ich glaube das schaffen wir so nicht ganz darüber ach das war so eine große kiste und von hier auch darüber ich glaube da müssen von da oben hin und gehen wir jetzt erstmal hier oh mein gott habe ich mich jetzt verjagt wo kam denn der her nein ich habe doch gerade die kiste kaputt gemacht dann gehe ich tot ja Mist so die haben wir dann nochmal wieder hoch weil wir da ja noch wieder rüber müssen oh mein gott hatte ich den nicht eben schon mal platt gemacht kommt der immer wieder sehr nervig jetzt da hoch jetzt müssen wir da rüber oh was war das eben das habe ich nicht gesehen ja 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 ja